So, jetzt haben wir den Daniel hier von Gluckwedling und heute aus der Sauna. Und zwar muss ich mir schon mal an die heisse Temperaturen auf dem Flugplatz Interlaken angewöhnen. Im Greenfield 2023 spielen nämlich 41 Bands, 33 Tage und was genau spielt, das schauen wir uns jetzt an. Und die, die es schaffen bis zum Schluss das Video zu schauen, können etwas gewinnen. Wir verlassen nämlich ein paar Kickets für genau dieses Festival. Und zwar ist die Nazi-Liste danach schon sortiert und darum können wir A, B, A, B, Alphornbläser. Wir bekommen nämlich ihre eigene Kategorie hier. Der Startschuss mit traditionellen Klängen und ist einfach Kult, muss man sehen. Am Donnerstag natürlich auf der Jungfrau Stage. Weiter geht es dann mit Alternative Metal. Dort haben wir Slipknot, die kommen aus den Staaten. Alternative Groove-Metal, so etwas in die Richtung. 2019 sind sie das letzte Mal im Greenfield gewesen. Das kommt mir irgendwie vor, als wäre es gestern gewesen. Aber ja, auf jeden Fall spiele ich sie am Samstag auf der Jungfrau sind. Hollywood Undead. Das ist auch noch so ein bisschen alternativ Rock, Metal mit Hip-Hop Einfluss. Seit 15 Jahren sind sie unterwegs aus L.A. und bekannt sind sie für ihre Live-Shows. Ich habe sie noch nie gesehen. Ich bin super gespannt. Mal schauen, am Donnerstag auf der Jungfrau Stage. Der Who. Rock aus der Mongolei. Traditionelle Instrument und Kehle Gesang. Sehr gespannt auf diese Band. Und auch ein Stil auf der Jungfrau Stage. Und da kommen wir schon zur nächsten Kategorie. Alternative Rock. Und zwar hatten wir hier Papa Roach. Das ist so ein bisschen New Metal, alternativ Rock. Elf Alben haben sie schon herausgebracht und gleich ihr 30-jähriges Jubiläum. Wow. Muss man fast gesehen haben. Sleep Token. Das gibt mir so eine richtige Progressive Metal. Sie sind anonym. Man weiss nicht genau, wer die Jungs sind. Und einen extravaganten Look. Alternatives Sound. Tönt recht interessant. Wollt ihr mir am Donnerstag auf der Eider Stage ansehen. Und dann kommen wir zum Black Metal. Da hatten wir Mantar aus Deutschland. Sie machen so ein bisschen Doom-Ide-Metal, Doom-Black-Metal. Sie sind nur zu zweit und haben schon ein recht grosses Dote auf der Welt gesehen. Sie sind nämlich auf einer richtig grossen Tour gewesen. Und die können sie am Freitag sehen auf der Eiger Stage. Coil Guns. Das ist noch so ein bisschen Hardcore, Mathcore. Ein recht wilder Shore-Mix aus der Westschweiz. Und dieses Jahr mit einem frischen Album. Tönt sehr interessant. Freitag auf der Eiger Stage. Weiter geht's dann mit Death Metal. Und da hatten wir Amona Marv. So ein bisschen Viking Metal. 1992 heisst es sich gegründet. Und wir erzählen von einem Geschichten aus dem hohen Norden. Am Samstag auf der Jungfrau Stage. Lorna Shore. Das ist Deathcore. Und To the Hellfire überschreibt die Band wohl perfekt. Brutal ohne Kompromisse. Und dennoch melodisch und verspielt. Ich freue mich extrem auf diese. Ich bin sehr gespannt am Freitag auf der Eiger Stage. Weiter geht's dann mit Hardrock. Dort hatten wir Hailstorm. Nach vier Jahren Pause haben sie ein neues Album. Back from the Dead. Ich würde doch sagen, das passt gefühlvoll, kräftig. Mit der Powerfrontfrau Lizzie am Samstag auf der Jungfrau Stage. Nächstes auf der Liste Hardcore. Und zwar mit Hatebreed aus den Staaten bekommen wir kompromisslosen Hardcore Metal. Wer kennt sie nicht? Ich glaube, die muss man auf jeden Fall hochschauen. Freitag auf der Jungfrau Stage. Lionheart aus dem Sonnenstaat Kalifornien. Und bekannt für ihren aggressiven Sound. Am Freitag seht ihr diese auf der Eiger Stage. Arcoi Drive aus Australien. 2.19 Uhr. Sie waren sehr schnell im Greenfield. Headliner am Wacken. Super Live Shows. Was sollen wir noch mehr sagen? Geht's dann schauen am Freitag auf der Jungfrau Stage. Auch in dieser Kategorie haben wir Emile Walls. Mit riesigen Rock, Metal, Hardcore gemischt. Wir haben sie schon mal im Interview gehabt. Geht's anschauen. Und geht die Band anschauen am Samstag auf der Eiger Stage. Und sie kommen aus Deutschland. Windshelter machen auch Hardcore mit Post-Metal drin gemischt. Sie sind die Gewinner vom Greenfield Band Contest in Montrö. Dynamisch und abwechslungsreiche Sound machen sie. Freitag auf der Eiger Stage. Next up haben wir Heavy Metal. Und dort hatten wir Sabaton aus Schweden. Sie sind seit 2019 im Greenfield gewesen. Und machen so Power Metal, wo sich thematisch um diverse Kriegen dreht. Am Freitag auf der Jungfrau Stage. Und weiter geht's mit Avatar. Die haben noch so ein bisschen mehr progressiven Sound. Groovingen Metal. So ein bisschen Metal Roll mit Flair für das dramatische Hollywood. Teil ist macabre, teilweise lustig. Aber auf jeden Fall sehenswert. Am Samstag auf der Eiger Stage. Und sie können auch aus Schweden. Einzige in ihrer Kategorie sind in Extremo Mittelalter Rock. In diese Richtung angefangen haben sie mit akustischem Mittelalter-Volk. Jetzt eher ein bisschen rockiger und recht erfolgreich. Zum ersten Mal habe ich die Band übrigens in Gothic 1 gesehen. Kennen ihr das Game noch? Sehr geil gesehen. Und ihr könnt es am Samstag schauen auf der Jungfrau Stage. Melodik Death Metal. Da hätten wir unter anderem Arch Enemy aus Schweden. Fünf Jahre hat es gedauert bis zu ihrem letzten Album Deceivers. Viel Power, coole Show. Muss man unbedingt schauen für dich auf der Jungfrau Stage. Blood Red Hourglass. Das ist typische finnische Melodie mit ein bisschen zu frischen Einfluss. Die auf jeden Fall zum ununterbrochenen Headbangen anrecken. Dann stehe ich auf der Eiger Stage. Und wir gehen weiter zum Metal Chor. Dort hat man Moment of Madness. Das sind Gewinner vom Greenfield Band Contest in Basel. Melodisch und spassig. Sie sind klassischer Metal Chor. Mit einem neuen Album. Sie sind übrigens unterwegs. Am Samstag auf der Eiger Stage. Die M&T Affliction. Bekannt sind sie für ihre persönlichen Songs. Oft über Depressionen, Ängste und Tod. Typische Metal Chor Themen. Dann fliegt sie auf der Eiger Stage. Und sie kommt aus Australien. While she sleeps. Das solltet ihr nicht verschlafen. Kompromisslose Groovingen. Metal Chor. Und mit dem einen oder anderen Breakdown. Seit 15 Jahren sind sie unterwegs. Und am Donnerstag machen sie Halt auf der Eiger Stage. Und dann haben wir den Pop Punk. Und den Taylor Acorn. Witz, recht poppig und punkig. Erinnert mich so ein bisschen an Avril Lavigne. Am Samstag auf der Eiger Stage. Enter Chic Hari. Das hat noch so ein bisschen Hardcore Einfluss. Und sie sind seit 15 Jahren unterwegs. Seit dem Herbst haben sie jetzt neues Album. Und kommen aus dem vereinigten Königreich. Am Donnerstag auf der Eiger Stage. Dusch am Ohr. Post Rock. Hardcore. So ein bisschen in die Richtung geht das. Tönt sehr Französisch. Ist aber aus den Staaten. Und dann sieht sie auch auf der Eiger Stage. Funeral for a Friend. Das hat noch so ein Post Rock Hardcore Einfluss. Aus Wales kommen sie. Und 2016 haben sie vorübergehend Fan auf Eis gelegt. Und jetzt nach einer längeren Pause kommen sie zurück auf Junfraustage am Freitag. Und kommen wir zum grössten Bit von diesem Lineup. Und zwar mit Punk. Dort hatten wir Anti-Flag. 13 Album haben sie bis jetzt veröffentlicht. In ihrer knapp 30 jährigen Geschichte. Not too bad. Am Samstag auf der Junfraustage. Die Ärzte. Ja die muss man sich kaum vorstellen. Seit 40 Jahren sind sie unterwegs. 2020 haben sie das Album hell herausgebracht. Und 2021 das Album dunkel. Mal schauen, ob wir die Hauli oder die Onkelseite bekommen. Am Donnerstag auf der Junfraustage. Do Nots. Gestartet haben sie mit englischen Songs. Aber seit knapp 10 Jahren. Sie sind jetzt in Deutsch unterwegs. Sie sind aber sehr schwierig zu verstehen. Aber wir probieren es mal am Donnerstag auf der Junfraustage. North Nog. Ich habe mich immer gefragt, was ist das für ein Name? Es steht nämlich für No Fight No Glory. Jetzt macht es wieder Sinn. Und zwar ist das geradligiger, melodieuse und politischer Hardcore Punk. Auch so in diese Richtung am Samstag auf der Junfraustage. The Men Singers bieten catchy und authentische Songs. Mit Geschichten und guten Lyrics am Donnerstag auf der April Stage. Über You. Über die Freundschaft und die Liebe zur Musik. Dreht sich alles bei den Schweizer. Lichter und gemütlicher Punk am Freitag auf der Junfraustage. Zebra Head. Spassiger Punk. Und auch schon bei uns im Interview gesehen. Geht es euch ansehen. Ich bin nicht mehr da. Am Freitag auf der Junfraustage. Swiss und die Anderen. Geht so ein bisschen Richtung Post-Metal, politischer Punk. Dreckig persönlich und gerade wieder raus. Am Donnerstag auf der Junfraustage. Destroy Boys. Punk Rock. 1,5 Millionen monatliche Zuhörer auf Spotify. Not too bad. Geschichten über Szenenmober, Elitiäre, Klicken, Verraten und und erwidert die Liebe. Dreckig und mit keinem Blatt vom Mou. Am Samstag auf der April Stage. Less Than Shake. Ska aus Florida. Und mit Saxophon und Trompeten bewaffnet. Sehr cooler Sound. 9,5 Millionen haben sie bisher auf dem Buckel. Spassig. Geht es euch am Donnerstag auf der Junfraustage. The Distillers. Das ist Skatepunk. 1998 heisst es sich gegründet. Dreckiger und kraftvoller Punk. 2006 heisst es sich trennt und nach 12 Jahren wieder zusammengefunden. Am Freitag seht ihr sie auf der Junfraustage. Vom Punk kommen wir in Rock und zwar mit Wolf Moderer. Das ist grooviger Rock mit einer markanten Stimme aus Australien. Am Samstag auf der Junfraustage. Und zum Schluss hätten wir eine Band, die noch eigene Kategorie haben. Aber ich bin einfach zu lazy dafür. Darum den Boss haste eure Rockkategorie. Hey, noch so ein bisschen Country-Einflüsse. Die viel sogar moderner geworden sind sie. Aber immer noch recht Country-mässig. Sie sind auch echt cool. Würde aber auch zwei Wochen später recht gut passen am Country Festival. Wie immer spielen wir am Samstag auf der Junfraustage. Ich komme aus Deutschland. Und das wäre es gewesen mit dem Line-Up von Greenfield 2023. Und damit kommen wir zum versprochenen Gewinnspiel. Und zwar verlassen wir 2x2 Tickets für das Greenfield. Und wenn ihr diese gewinnen möchtet, dann müsst ihr Folgendes machen. Schreibt in die Kommentarspalte hier unten. Mit den Bands, die ihr unbedingt schauen möchtet. Und eine E-Mail mit eurem YouTube-Namen. Verlosungen-at-plegavetica.ch Teilnamenschluss ist der 15. Mai 2023. In diesem Sinn viel Glück und wie sieht es sich am Greenfield. Und bevor ich es vergessen, like einen, abonnieren zu lassen. Die kennen den ganzen Scheiss. Bis zum nächsten Mal. Sonne. Oh, es wird gleich so warm. Du Huren Scheiss, du. Du musst nicht in die Luft gehen. Bata, fick dich Sonne. Wieso musst du das Tor hier rein breitschen? Komm mal nachführen. Okay. Zumal, zumal. Dankeschön. Danke, Naid.